Will Iris Klein etwa bald ihren Mr. T heiraten? Auf Instagram lässt die 56-Jährige durchblicken, dass sie durchaus wieder vor den Traualtar treten würde. Nach der schmutzigen Trennung von Peter Klein war Iris Klein lange am Boden zerstört. Kein Wunder! Sie glaubt bis heute fest daran, dass er sie mit Yvonne Wölke betrogen hat. Und dabei ist es natürlich auch nicht gerade hilfreich, dass die beiden sich auch heute noch blendend verstehen. Die Vergangenheit will Iris nun aber trotzdem hinter sich lassen. Sie hat sogar schon einen neuen Freund. Viel ist über ihren geheimnisvollen Mr. T bisher nicht bekannt. Doch hin und wieder lässt die 56-Jährige einige Informationen durchsickern. Will Iris ihren Freund heiraten? Während einer Instagram-Fragerunde deutet Iris an, dass es zwischen ihr und Mr. T doch schon ernster sein könnte. Als die Fans bisher angenommen haben. Ein User möchte wissen, ob Iris ihren Nachnamen nach der Scheidung von Peter behalten möchte. Nein! Den will ich nicht behalten, gesteht sie. Entweder ich nehme meinen Mädchennamen wieder an oder ich heirate wieder oder ich lasse mich von einem Prinzen adoptieren. Aha! Käme eine erneute Hochzeit für Iris also wieder in Frage? Eine Sache steht fest. Sie ist Hals über Kopf in ihren neuen Freund verliebt. Er war ganz Gentleman und half mir beim Aufheben meiner Sachen, die auf den Boden fielen. Danach sind wir spontan Kaffee trinken gegangen. Seit diesem Tag sind wir unzertrennlich und total verliebt. Und stehen auch dazu, erzählte sie vor wenigen Monaten auf ihrem Instagram-Kanal. Und wer weiß, vielleicht wagen die beiden irgendwann ja tatsächlich den nächsten Liebesschritt.